Und ja, dafür werden wir noch das ganze Holz brauchen. Steinvorräte nehmen langsam ab, brauchen aber auch nicht mehr so viele, nur noch 24. Also ja, wenn ich überlege, was wir so an Zeit zum Flatten verbrauchen, während wir zum Bauen eigentlich nur ein Bruchteil brauchen, ja. Also jetzt sieht das, was wir da fabriziert haben, gar nicht mal schlecht aus. Also jetzt ist das, was wir da fabriziert haben. So, noch zwei Bäumchen, dann können wir den anderen zum Tunneln schicken. Noch können wir ja zum Glück viel Stein hier rausholen. Okay. Okay. Ah, Mann. Hoffentlich sackst du jetzt alle Steine ein, hier. Ja, fast alle. Komm den da oben auch noch. Gut. So, und du bist fertig mit Fällen. Und die beiden können auch das restliche Holz selber holen. Und wenn die fertig damit sind... ...helfen die auch beim Tunneln. ... 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 auch schon mal erledigt. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir hier füllen und links und rechts noch füllen. Deswegen würde ich fast schon noch einen zweiten Pletten Task hier hin machen. Ah, eine Ebene will ich nur gefüllt haben. Dabei kann ich es auch so rum machen. Ja, so rum geht es auch. So, ist besser. So, ist es, dass keiner hier in der Mitte füllen will. Bis jetzt. Alles in Ordnung. So, hier kann ich schon mal die grauen Teile entfernen. hier. So, wie Was ist das? 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 Ah, jetzt haben sie auch die Mitte gefüllt Sehr schön Sie nehmen alle möglichen Eingänge Auch gut Was ist das? Was ist das? Jetzt kann ich hier im Tunnel das wegmachen Darf ich das hinmachen? Was ist das? 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 So, so ein bisschen noch... So ein bisschen noch... Was ist das? So, dann können wir hier... Den Tunnel mal erweitern... Und ja, dann würde ich sagen... Ist es mal wieder an der Zeit... Ist es mal wieder an der Zeit, ein Save zu machen... So... 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 Okay. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also, bis gleich.